ARD Text im Auftrag von Funk Lässt sich nicht öffnen Dies scheint der einzige Weg aus dem Dorf zu sein Dieses Licht sieht aus wie ein Gerät zu ihres Erkennung Naja, auf jeden Fall brauchen wir ein Auge von einer bestimmten Person, um hier weiter zu kommen Das werden wir uns alsbald auch besorgen Ich sage nicht, dass es einfach wird, aber wir werden es uns besorgen Ja, da vorne ist wieder ein Händler Ich gehe mal davon aus, wir beenden jetzt gerade auch ein Kapitel dann Das war ja schon krass, wenn das passiert ist, ey Da hat es zwei Erfolgen für gebraucht Auf der Karte, das ist ja dieses Folterhäuschen, ne Wo ist es denn? Hier Ne, das ist die Scheune Doch, die Scheune ist wahrscheinlich das Folterhäuschen Ah, das wird total geil Ach, so geil wird es gar nicht, aber Was sein muss, muss sein, ne Was haben wir denn hier noch? Irgendwas zum Kaputtmachen Ja Wir nehmen jeden Cent mit, jeden Cent, meine Freunde Ist das was Besonderes? Ne, ne Ja Ich erinnere mich gerade an Until Dawn Dann war ja auch diese Gondel-Action, ne Mh, so Achtet mal Machen wir total gut, das machen wir total gut Oh, ihr seid kein Problem für mich Ich bin Mh, nun vor das Dado, wo denn? Der hat links von mir geschrien, den hab ich mir übersehen Wo, du kleiner Hashtag-AMK Ich hab, ich hab keinen gesehen Oh, wir sind gut angekommen, ich freu mich Haben wir viel Munition verballert? Oh, wir haben noch mega viele, ey Total geil, ich liebe es Da haben wir's geschafft So, Höhlen mit Lichtern Was da wohl vor sich geht Mann, Mann, Mann Ich bin total gespannt So, wie laufe ich denn jetzt gerade überhaupt hier? So, Treppen nehmen wir Und dann gehen wir Oh, was haben wir hier? Die scheinen die Bedienfelder für den Fahrstuhl zu sein Da spiele ich lieber nicht dran rum Denn ich muss damit zurückfahren Ja, wenn's auch da so reibungslos verlaufen geht Leon So, Munition, total gut Ich freu mich Blendgranate Ja Nehmen wir einfach mal mit Babam Babam, babam, babam So, dann müssen wir jetzt hier weiter durch Für den Schatz Und dann sehen wir direkt die tollen Leuchtenden Höhlen Guck mal Rätsel direkt gelüftet Als ob hier jetzt keiner ist Ich kann mich an die Stelle erinnern Wait Bum 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 Ich bin Assassine. Da seht ihr die Brust. Oh, ein Opfer, Alter. Total cool. Ihr gebt hier alles. Ihr kleinen Unfortersteros. Hoffentlich kriegen wir ein Katzenauge. Habe ich irgendwie mehr drauf, weil es aufhört, als was anderes Großes ist? Ja, guck mal, da ist es aber. Ein gelbes Katzenauge. Drei Edelsteine sind an der Seite eingesetzt. Leuchtet total geil, ne? So volle eklige Bierkrug und dann so geile Dinger da drin. Jedem das seine, ne? Geschmäcker sind verschieden. Das sagt dann hier zu, der Toilette. Tolles Sexspielchen. Das Blut ist noch frisch. Hat hier ein Ritual stattgefunden? Ja, der Inzestakt findet hier statt. So, jetzt fangen die Göre auf. Oh, da ist er. Sehr cool. Doch kein, ähm, wollte ich sagen, doch kein Kapitelende anscheinend. Kommt das gleich erst. Konnten wir alles aufnehmen. Bin überrascht. Hier verschaffen wir uns wieder direkt ein bisschen Platz. Vielleicht brauchen wir die Munition ja zurecht. Vielleicht ist das ja, ähm, hm, auch schwer nötig. Weiß gar nicht, ob gegen den jetzt auch die Blendgranaten so sinnvoll sind. Müsst wissen gegen alle Leute, wo die Dinger so rauswachsen, ne? Diese K-K-Zeile. Da sind Blendgranaten, töten die, glaub ich, sofort. Warum hab ich die nicht einfach benutzt, wenn ich das weiß? Aber, ne? Deswegen bin ich mir jetzt nicht sicher, ob er was damit zu tun hat, sozusagen. Der nächste Gegner, der große. Ich glaube aber schon. Ich probier das einfach. Oh, der hat nix. Der Arschloch. 20.000. Hier. Ja, wir nehmen es doch. 138.000. So, dann speichern wir das mal. Und dann geht's ab, Leute. Fünf Stunden, ne? Fünf ein Halb. Da hab ich heute fast alles draufgehauen, was wir bisher hatten. So, Ashley. Macht hier was gefasst. Jetzt geht hier oben die Post ab. In dem tollen Folterraum. Kann mich nur erinnern. Also, vor allen Dingen ist das für einen, was der so gut zielen kann wie ich. Oh, sieht das geil aus, ne? Mit den Bäumen. Das ist schon der Wahnsinn. Mann, Mann, Mann. So. Folterhäuschen. Wat für Huren sind, ne? Ich massakriere euch alle. Ich will jetzt nicht nur die, äh, Ashley rausbekommen. Ich will euch echt Schaden zufügen. Haben wir hier wat? Nein. Gehen wir mal kurz außenrum. Hm. Kein Sinn. Voll süß, wie sie hört, ne? Irgendwie mag ich die auch. Natürlich nerviger Spielcharakter, aber ich find sie... Ich mag sie schon. Oh nein. Was war das? Big-Time-Event vielleicht. Ja, Genickbruch. Ne, da war viel Steroide genommen, der Typ. Hättet ihr nur klar denken können. Oh, geschafft. Ja, ich glaub, ich hab nicht gedacht, dass ich das gedrückt hab. Hasta luego. Hasta luego. Voll der Kim, voll der Johnny. Dann sollte mal zur Maniküre gehen. So, der hat also die ganzen Samen da. Ich nehm mal direkt... Ich probier's einfach mal aus. So, viel Schuss haben wir jetzt hier noch. Schnell hoch, 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 ich brauch ein bisschen Zeit. Ich bin so behindert, oder? Oh, Leute. Oh, Leute. Ich wollt's kombinieren. Ich verwenden. Dafür nehmen wir jetzt das. Und kombinieren. Komm-bi-niere. Wo ist er denn? Wo ist er denn? War er neben mir? Wo ist er denn? Ich seh'n nicht. Fuck. Fuck, 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 fuck. Ich glaub, der ist noch lange nicht am Ende. Ja, ein Schuss, danke. Ich bin zutiefst gerührt. Mhm. Ich schmeiß mal eine Granate runter. Ich weiß halt nicht, wo er ist. Gut. Ja, alles klar. Hilfe. Der lässt sich davon noch nicht beeindrucken, der Typ, ne? Weiter, ja. Ist das eine doofe Taktik oder ist das eine gute Taktik? Ich habe keine Ahnung. Landgranatik... Granatik... Granat am Anfang fand ich eigentlich ganz gut. Die Taktik. Komma, Ashley, wir joggen ein bisschen. Ich habe einen Gummiball in der Hand, den ich kneten kann. So, Sequenz kennen wir schon, kennen wir schon. Oh, ich muss ausweichen. Ähm, jetzt ist das eine andere Tassenkombination. Ja, schön. Ja, Arschlöcher. Oh ja, er freut sich. Das ist genau sein Ding. Ja, ich habe mich noch geschaffen, in der Folge noch. Bidum, 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 bidum. Aber so... Habe ich geschafft. Hast du auch nicht so viel Zeit dafür, ey. Das ist total behindert. Hasta luego. Schnell hoch. Die Kräuter. Ah, da war auch noch was. Okay. Alles klar. Erstmal alles schöne hier einsammeln. Können wir schon was kombinieren? Diesmal tue ich es auch. So, kombinieren wir mal direkt weiter. Wir könnten nochmal eine Granate runterschmeißen eigentlich. Oh, ja. Ich bin nicht mal. Oh, ja. jetzt muss man dieses einzelne scheiß kraut hier mann, mann, mann ok direkt eine blendgranate und dann hauen wir ihn total weg so, das haben wir geh mir besser nicht auf den sack wenn ich ihn nur sehen würde da ja oh man den 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 der die die den 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 Oh, Zeit für Neuwahlen. Ja, der Bürgermeister ist Geschichte. Das war nämlich der Bürgermeister. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt oder ob das erwähnt wurde, aber er war es. Hier oben haben wir alles. Irgendwie cool, das wäre jetzt irgendwie so angeschlagen aus dem Haus. Kommt vor der Held für Ashley. Ashley, ich habe mein Leben für dich riskiert. Nur für dich. Denn du bist mein Hashtag AMK. Wunderbar. Igitt. Ach, und da öffnet sich uns eine Tür. Ein Glashauser. Ja. Und 30.000. Kuh, höll. Das ist auch total beengend hier. Ein Brandding hatten wir auch noch. Eine Brandgrenade. Hier liegt auch irgendwas rum. Ein Spinell müssen wir natürlich mitnehmen. Und raus mit uns. Ach, denn der hat die Dinger ja. Oh, Baby. Es ist alles gut. Ich schau mir in die Augen. Für dich tue ich alles. Du kommst mir sehr nah. Weißt du nicht, dass jeder so eine private Zone hat? Soldat! Das wollte ich eigentlich nicht machen. Ich wollte zur Karte. Hier ist aber auch kein Schatz. Nix. Okay. Das heißt, wir sind vor durch. Dann gehen wir einfach mal zurück. Und wechseln natürlich die Waffe. Pistole habe ich gar nicht so viel benutzt. TMP natürlich vorrein geballert, weil die so toll sicher ist. Und den Gegner so einen Schach hält sie noch niemals. Die kleinen. Aber den großen jetzt gar nicht. Mann, Mann, Mann. War so ein Endgegner-Kampf, auf den hatte ich keinen Bock, muss ich sagen. Gar keinen Bock. So, mein Freund. Hast du jetzt, uns was anzubieten? Irgendwas tolles? Erste Hilfe-Spray weg. Geil. Neh mich, nehm. Neh mich sofort. Spinell. Ist das alles? 170.000. Ich bin ja gar nicht immer so schlecht. Wer bohrt ihr? Gar nichts. Ist das alles? Hehehe. Danke. Wenn ich das jetzt benutze, kann ich das dann nochmal kaufen? Hier bin ich nämlich schon wieder, mein Freund. Das müsst ihr noch mitbekommen, ob das geht. Was ist das alles? Ja. Ist das alles? Voll krass, dass man nur eins tragen kann, ne? Hehehe. Danke. Bitte, bitte. So, Leute. Ich speicher. Dann geht's zum Tor. Und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Bis dahin. Bis dahin.